Der Kartenmischer Easy hilft Ihnen ganz entspannt und schnell, Ihre Spielkarten durcheinander zu bringen. Legen Sie einfach die Spielkarten auf dem Mischer rechts und links gleich aufgeteilt. Nun drehen Sie mit der Hand die Kurbel, um die Karten zu mischen. Sie können mit dem Kartenmischer Easy alle gängigen Spielkarten mischen. Es ist besonders praktisch bei Spielen mit vielen Karten oder auch wenn Ihnen die Kraft in den Händen nachlässt. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten. In Ihrem Online-Shop. In Ihrem Online-Shop.